Der Mensch nimmt sich die Natur zum Vorbild und erschafft Außergewöhnliches. Er vereint Farben, Formen und Funktionen auf unnachahmliche Weise und schlägt das Gewöhnliche mit den einzigartigen Mitteln der Kreativität. Damit aus einer Vision etwas Einzigartiges wird, braucht man auf der einen Seite jemanden, der mit seiner ganzen Kreativität etwas Besonderes schafft und auf der anderen Seite jemanden, der das Besondere erkennt und wertschätzt. Ich liebe meine Freiheiten und genauso meinen eigenen Stil. Deshalb fasziniert mich das Außergewöhnliche und ich mag Dinge, die Charakter haben. Eine reine Idee kann man nicht sehen. Aber mit Handwerkskunst und Leidenschaft kann man Ideen sichtbar machen. Auch wir orientieren uns an der Natur. Sie ist die treibende Kraft, die uns bei der Entwicklung von Lebenswelten mit den Pandomo-Boden- und Wandsystemen inspiriert. So entstehen Räume mit unverwechselbarem Charakter. Einzig ihre Vorstellungskraft zählt. Das ist die Philosophie von Pandomo. Pandomo. Einzigartig. Kreativ. Untertitelung des ZDF